ja und somit herzlich willkommen zurück zu ist jetzt los so für uns die zweifel expedition zu grabungsstätten durch ja ja ich habe hier ein bisschen gechillt ich habe ja auch so ein fast food restaurant aufgebaut dann geht es ja auch ein bisschen schneller mit dem geld wenn wir jetzt mal so ein bisschen reinschaut bin jetzt hier bei 70.000 gewinn pro minute ist natürlich sehr nice das sieht ganz gut aus wir brauchen 550.000 vor dem was mit dem hier los das geht was hat er denn krank krank oh mein gott okay ich glaube ich muss da so eine ranger station bauen die tun ja hier das futter nachfüllen und glaube auch die muss behandeln das problem ist ich brauche mein geld vor was anderes werden jedes mal kommt irgendwas hier es gibt es auch nicht so hier ranger station 400.000 als ich jetzt bin ich hier schon bei 500 es gibt es doch nicht das gibt es doch echt nicht auch geld heute geld 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 das gibt es ja irgendwie was bedeutet auch immer hier dieses teilweise erschöpft kann es dann sein dass das irgendwie vielleicht nicht zum erfolg führen kann die die expedition ich weiß es nicht mehr raus schauen wir haben halt eigentlich schon da drüben wäre was ich will natürlich eigentlich was billiges haben wäre ganz cool 105 billig oder was haben wir denn sonst noch als mission mehrere expedition dinosaurier foto in einem hammond entwicklungslabor ausführen freilassen ja okay da haben wir sogar zwei mal mit fleischfresser was das problem ist nur das foto muss ich glaube auch mit ranger machen ich weiß noch nicht genau so das haben wir eigentlich ja deaktiviert weil ich ja gedacht habe vielleicht sparen wir dadurch geld so den hier 61 prozent haben wir da nicht vielleicht mal schauen hier drüben haben wir da noch irgendwas drin womit wir das erhöhen können leider nicht so deshalb probieren wir einfach mal nur noch 60 wenn es nicht funktioniert das hier fehlschlägt dann habe ich 550.000 aus dem fenster geworfen aber ich denke als nächstes sollte man fast dann irgendwie hier noch was bauen hotel voll teuer souvenir laden zum beispiel sollte ja auch gut geld geben habe ich erst mal fast food rechauer gemacht damit die leute halt auch was zum futtern haben eine zuckerhalle da krieg ja richtig fettkohle forschung erforderlich müssen wir noch ein bisschen forschen so 20 prozent das dauert ein bisschen es sind schon zwei krank leute auch wirklich hier die ranger station das haben wir schon sturmabwehr station bietet gebäude schutz vor wetterschäden das hört sich ja gut an petition haben wir schon hier haben wir schon innovationszentrum also das ranger station das nächste was wir machen müssen unbedingt hier drüben das kraftwerk da ist schon relativ voll das heißt die ranger station müsste irgendwo hier hinkommen wie groß ist denn das kann ich das überhaupt sehen ich kann es eben gar nicht sehen ich kann es nicht auswählen leider schade weil dann könnte man den strom schon mal irgendwie hinziehen aber ja okay das brauche ich ein bisschen zum bauen ein paar dinos geht es gerade nicht so gut aber ich kann nicht viel machen aber wir haben schon wieder 200.000 wenn es der da ihr erfolgreich gebrütet wird so rein als beispiel hoffentlich dann würde ja auch noch mal mehr geld reinkommen hier könnte man auch noch irgendwie ein gehege hinten machen aber direkt strom ja strom ist eigentlich blöd weil es eben von dem einen kraftwerk kommt nicht von dem hier das können wir vielleicht umbauen oder dass wir das hier zurückbauen dass die acu zentrum von hier versorgt wird es wird zurückgebaut dann können wir hier noch irgendwo was hinbauen irgendwie so zwei oh gesunder 32 ach hier ist der andere er ist noch gut er ist noch einigermaßen gut was kann sein oh die tun sich halt alle gegenseitig wohl anstecken einmal annießen und dann geht es ja weiter ich hoffe der bricht halt hier nicht durch durch das wasser da aber sollte der hässert ja nicht schaut's aus alter das kann was werden leute so bei 98% so fehlgeschlagen ich glaube geld haben wir auch gleich ich habe gleich mega geld ich schließe gleich zwei missionen ab ich glaube der kommt zuerst raus dann gleich die ranger station so kam raus kam raus oh der hat noch kein essen gell da müssen wir auch gleich schauen nice sie hätten uns nichts beweisen müssen aber ihr einsatz hier hat eindruck hinterlassen gute arbeit hallöchen mein süßer keine spielkameraden die kommen aber vielleicht noch was ist jetzt positiv oder negativ dass er spielkameraden will oder nicht will darum geht es hier auf den inseln wir sorgen dafür dass sie bekommen was sie wollen das ist so ähnlich wie für dinos zu sorgen nur mit mehr anforderungen weniger verständnis stimmt's die hier irgendwo noch rein quetschen eher nicht ist ja gut gewesen ist ja richtig cool gewesen hier ist halt wasser wenn ich sie hier drüben hinbaue hier will ich ja das gehege hinbauen und hier bin ich strommäßig eigentlich falsch warte mal ich baue das einfach jetzt hier hinten hin ich baue das jetzt hier hin dann machen wir hier so einen weg so dann brauchen wir Strom Moment bisschen drehen ist schlau das hier hinzubauen hier irgendwie nein ist also eingetreten wo leben war ist tot aber sie müssen sich jetzt fragen ob man das nicht hätte vermeiden können die Antwort natürlich nicht der Tod kommt immer aber hätten sie ihn hinaus zögern können das ist eine andere Geschichte so ähm kannst du jetzt irgendwas machen Ranger Team neues Team Aufgabe hinzufügen Futterstation die Säure medizinisch behandeln Aufgabe hinzufügen wie kann ich das auswählen das heißt hier auswählen aber ich kann nichts drücken natürlich auch gut achso ich muss jetzt vielleicht an den Dino hingehen oh nein da ist was kaputt kein Problem Aufgabe erhalten so der ist den Ranger Ansatzbefehle gegeben nice ist das hier los oh oh beschädige Gegenstände reparieren okay da müssen wir ein bisschen aufpassen so bevor ah der geht baden ja bevor der hier irgendwie abmuckst ah ich muss glaube den Toten jetzt irgendwie wegbringen ein Moment was haben wir hier Futterstation für Fleischfresser boah 250.000 äh das muss ich muss noch irgendwo ein Tor hinbauen ich soll das irgendwie hier hin damit sie nicht so weit reingehen bei ihrem Ruf ist die Loyalität der gesamten Sicherheitsabteilung nur eine Frage der Zeit so ja können durch Hunger der Kämpfergang älter Schwäche am Ende ihrer Lebensverwartung sterben die Lebensverwartung wird durch die Lebensverwartungseigenschaft eines Dinosaurier rufiniert diese kann durch genetische Modifikationen verbessert werden eigentlich war es ja durch Krankheit Tote Dinosaurier sollten von einem Transportteam entfernt werden damit keine Krankheit oh ja mach ich gleich kann ich das hier irgendwie bauen irgendwie uneben so äh äh hier hin du da Aufgabe wo ist er die bewegen sich alle äh sehen gar nicht haben sie betäuben irgendwo im Wald gestorben im Wasser ich weiß ja nicht mal wer gestorben ist der da nee wieso kann ich den jetzt verfault auch gut äh wieso kann ich dem jetzt nicht das zuteilen muss ich da entfernen okay der wird hier weggenommen oh man mein armer Dino mein armer Dino kann ich nicht mal was machen hier aber nur gut so bei dem einen da ist auch noch nix so gut die wieder da ah okay bestätigt und da danach Zaun reparieren und dann kann man hier vielleicht mal schauen ach guck mal die sind noch hier drin sieht's hier aus vier okay geht noch einigermaßen aber sind schon wieder zwei krank was ist denn jetzt los hier geht's ja gar nicht so wir machen jetzt erstmal wieder hier eine Expedition einmal hier hin Soundefekt ja man an an zu erschienen oder oder haben wir jetzt mehrere Lücken fliegt da rum so sieht wieder gut aus Aufgaben oh man anfrage bestätigt so was hat der jetzt noch jetzt die Frage war das Zaun defekt von dem gerade oder was neues also hier sieht's mal gut aus oh hier drüben das ist aber nicht gut ja wo ich mein Dino aber eigentlich ja genau alter schnell hell geht er hin bestätige Aufgabe wie sie wegrennen aber er hat noch keinen getötet glaube ich oder so komm mal gucken ob er gut schießen kann er hat mal geschossen soll ich selber machen wir dürfen keinen töten so ich muss das selber machen nein er hat einen gegessen nein ich glaube der hat einen gegessen Leute ähm scheißen dreck äh toll ich habe jetzt gerade irgendwas gedrückt obwohl ich gerade auf den Dino drücken wollte hier so wir brauchen einen Transport super der direkt rausgekommen ist richtig übel wie sie alle hier stehen gehen sie zu Fossilien ja ok oh man oh man da müssen wir richtig aufpassen also wir müssen direkt handeln ah finden sie einen Fleischfresserfossil weiß das jetzt na weiß sie ja nicht so so was haben wir denn hier bekommen kann ich mit dem hier machen kann ich nur verkaufen ok so expedition abschließen und Fleischfresser können wir mal schauen was da eben passiert wenn wir hierbei teilweise erschöpft was machen gucken ob das fehl schlagen kann ich denke mal eben schon äh wie sieht es eigentlich aus so im Park alter wieso habe ich keinen Gewinn mehr wieso habe ich so viele Ausgaben muss ich jetzt irgendwas zahlen an an denen wo gestorben ist oder so jetzt mal ehrlich Leute wieso klage wegen Gästeverletzung 62.000 und wie lange geht das Gewinn pro Minute oh ok also die Klage geht langsam runter ouch ja ok kurzzeitig war das nicht so war das nicht so gut aber nur gut also wir haben finden sie mit Hilfe eines Fleischfresser Fossil führen sie zwei expeditionen durch schließen sie mit der Kamera des Ranger Teams ein Foto ok das könnten wir noch schauen so und wie geht das ich gehe gleich mal zum Fleischfresser oder ach scheiße ich komme da gar nicht rein kann ich Leute überfahren das wird glaube ich auch teuer oder das Problem ist ja hier muss noch irgendwie so ein Aussichtspunkt hin ey nicht fahren nice oh sehr schön vielleicht sollten wir einen neuen Fotoautomaten aufstellen den sie verwalten das waren nämlich gute Bilder die sie da gemacht haben sehr gut sehr schön sehr schön gefällt mir ähm ok wir könnten jetzt mal ein bisschen das Geld nutzen ähm ne ach ne hier bin ich falsch und zwar ein Souvenirladen wäre schön oh expeditionisch fertig ich kriege hier nichts hin müsste den hier irgendwie hierhin machen ich den hier noch irgendwo ran aber hier ist das blöde Tor jede Gelegenheit birgt auch Risiken in diesem Fall haben sie eine Gelegenheit genutzt gut gemacht ich könnte ihn hier hin bauen aber eigentlich will ich ihn irgendwo hier haben ich versuche es erst gar nicht aber wir haben schon einen Souvenirladen Jausenbox mal hier mal ein bisschen nach oben okidoki was haben wir denn Forschungsziel im Forschungszentrum Kleiderladen ja dann schauen wir da mal rein oder ähm Gebäude was das kostet Besucherzentren 100 ok machen wir das mal so alter 111 da geht es langsam ab aber unser Ruf bei der Wissenschaftsabteilung sieht nicht so gut aus Loyalitätsbonus haben wir auch nirgends Sabotagerisiko ok ah sorry falsche Taste so wie wär's dann mal hier drei Worte Auftrag Sie Ja 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 der erste Fehler ist meistens der gravierendste und äh womit hat das alles begonnen wenn nicht mit prähistorischer DNA 120.000 verkaufen oder warme nur ihre Entscheidung so verfolgen Sie ein neues Genom zu 50% ich mag was Sie aus diesem Ort gemacht haben so oh den Kleiderladen haben wir ja fertig bauen Sie einen Kleiderladen und versorgen Sie ihn mit Strom bauen Sie eine Beobachtungsgalerie und versorgen Sie es mit Strom ja es lief ja jetzt ganz gut ich würde mal sagen ich mache dann auch mal einen kurzen Break wir sehen uns im nächsten Part da geht's dann weiter bis dahin Wiederschauen und Reingehauen bis dahin 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 Amen.